Hi liebe Leute, ich möchte euch einfach über dieses Produkt berichten und zwar es geht um Forever Alpha Effektor. Also das Produkt ist einfach für Gesicht, Nagel, Körper und Haarpflege. Das ist ein sehr gutes Produkt und man kann das auch als Serum benutzen, einfach in Creme einfach reintun und mischen und benutzen. Also das ist sehr gut auch für die Tiere und auch sehr gut für alle Menschen. Also und das Produkt enthält auch sehr hochwertige Produkte und einfach für den Körper an trockene Stelle einfach drauf anmassieren, wie Ellenbogen, Knie und Füße können sie auch benutzen und die Lotion ist einfach sehr gut. Und sie können auch für Haare auch so benutzen, einfach in den Haaren so anmassieren lassen und eine halbe Stunde warten und dann können sie einfach die Haare aufwaschen. Und sie können auch das Produkt, wie gesagt, für Nagel so einfach benutzen und bei trockenen oder riesigen Nagelhaut ist es einfach zu empfehlen. Und sie können auch damit auch, ja, baden wie sie wollen und das wird einfach sehr schön. Sie können auch das Produkt mit anderen Aloe Vera Produkten so kombinieren, wie dieses Produkt Aloe Vera Gelie, können sie damit kombinieren und es wird einfach sehr schön. Und über die Qualität, es ist einfach eine sehr hochwertige, es hat einfach eine sehr hochwertige Qualität und kann alleine oder unter anderer Pflege aufgetragen werden, der frisch liegt, für anspruchsvolle Haut. Und sie können auch, ja, das Produkt einfach versuchen, probieren und einfach ihre Meinung auf meinen Kanal schreiben, wie sie wollen und ich werde einfach drauf reagieren. Zus Wanna vor. Vielen Dank.